hallo und herzlich willkommen zu den kanal news aus dem august ja wir bedanken uns für die unterstützung recht herzlich bei herbergs dem kräuter profi österreich ein gemundener keramikunternehmen traut sich was eigentlich handelt es sich um einen gag artikel des satireportals die tagespresse denn diese berichtete vor einigen wochen endlich gemundener präsentiert keramik aber die reaktion des traditionsunternehmens zu dem artikel war alles andere als erwartet denn die keramikmanufaktur ließ sich von der idee lieber inspirieren und produzierte tatsächlich drei limitierte wasserpfeifen zwei davon sind sogar bereits verkauft eine soll zukünftig als kunststück im renommierten metropolitan museum of art in new york bewundert werden das war doch wirklich mal eine erfreuliche idee für das unternehmen ja und österreicher haben wohl angst vor der legalisierung in deutschland nach dem gesetzentwurf zur teillegalisierung von cannabis in deutschland plant die österreichische polizei für das in kraft treten verstärkte kontrollen an der grenze zum nachbarland es sei mit grenzüberschreitenden handel aber auch mit suchtgift beeinträchtigten lenkern zu rechnen deshalb werde im grenzbereich verstärkt kriminalpolizeilichen maßnahmen sowie verkehrskontrollen durchgeführt bestätigte das innenministerium der apa am donnerstag der suchtgifthandel sein betätigungsfeld der organisierten kriminalität die von der polizei konsequent bekämpft werde internationale erfahrungen würden zeigen dass der illegale suchtgifthandel auch durch die legalisierung von bestimmten drogen nicht zurückgedrängt wird wie man in anderen ländern sehe hieß es in der schriftlichen stellungsnahme des ressorts von ihnen minister geert kana övp im gegenteil werden sich wohl viele österreicher eine grenznahe meldeadresse in deutschland besorgen ja und weiterhin österreich ein österreichischer fahrer türkischer abstammung der mit einem fahrzeug in richtung türkei unterwegs war gab an für die türkei bestimmte chemikalien aus westeuropa zu transportieren wie das bulgarische hauptzollamt am montag mitteilte ja an einem grenzübergang zur türkei haben bulgarische zölner wohl einen lastwagen mit 145 kilogramm marihuana entdeckt wie der zoll am montag berichtete sei der drogenfund bereits am 10 august in einem kleinen dorf in süd bulgarien gemacht worden das cannabis war den angaben zufolge in einem lastwagen mit rumänischen kennzeichen hinter präparaten für die chemische industrie versteckt die zölner von 135 päckchen im wert von 2,3 millionen lever also knapp 1,2 millionen euro in fünf reisetaschen und neun kartons so und nun weiter nach deutschland plantagen kommen wohl nicht aus der mode denn die hamburger polizei hat am montag eine drogenplantage in einem hotel in hammerbrook ausgehoben jeder auffällige geruch hatte den einsatz ausgelöst ein 40 jahre alter mann wurde verhaftet ja die polizei konnte also den geruch von marihuana vor ort deutlich bestätigen und informierte des lk in der konsequenz wurde ein durchsuchungsbeschluss für das eigentlich leer stehende gebäude durchgesetzt in dem hotelkomplex fanden die beamten eine größere marihuana plantage vor mehr als 400 pflanzen die sich noch im wachstum befanden wurden sichergestellt außerdem beschlagnahmende polizei diverse geräte lampen und insgesamt rund 70 kilogramm bereits geerntetes und die teilen verpacktes cannabis ja ein 40 jahre alter mann der sich zum zeitpunkt der ratze im gebäude befand wurde natürlich festgenommen eine durchsuchung seiner wohnung in als der dorf brachte laut polizei keine näheren hinweise ja weiter in deutschland lauterbach verspricht die große kampagne also vor der geplanten weitergehenden legalisierung von cannabis will bundesgesundheitsminister karl lauterbach die bevölkerung über dessen gefahren aufklären wir werden parallel zur gesetzgebung eine große kampagne fahren um auf die risiken des cannabis konsums hinzuweisen cannabis schadet besonders den noch wachsenden gehirn bis zum 25 lebensjahr wird das gehirn noch umgebaut wer in dieser altersphase konsumiert der schadet sich besonders sagte lauterbach er wolle den cannabis konsumer jugendlichen zurückdringen und ihn für die die konsumieren wollen sicherer macht das bundeskabinett hat den gesetzesentwurf beschlossen ja laut gesetzesentwurf wird der kauf und besitz von maximal 25 kann cannabis ab einem alter von 18 jahren grundsätzlich straffrei sein beziehen können es konsumenten über sogenannte cannabis clubs für die es eine reihe von auflagen gibt auch der eigenen bau von bis zu drei pflanzen wird dann erlaubt sein wie ihr bestimmt bereits vernommen habt ja außerdem wird cannabis aus dem betreibungsmittelgesetz herausgenommen wo es bisher noch neben heroin und anderen drogen als verbotene substanz gelistet ist und mit entsprechenden strafen nach sich ziehen kann ja was für cannabis clubs gilt das haben wir für euch übrigens in einem eigenen video zusammengefasst den link seht ihr dann in der beschreibung ungarn auch in nachbarländern wird cannabis beschlagnahmt 150 kilogramm mariohanna im wert von einer halben milliarde vorhin also umgerechnet 1,3 millionen euro haben ungarische behörden diese woche einer slowenisch ungarischen grenze in litanyi beschlagnahmt damit sei der polizei einer der bisher größten drogenfunde des landes gelungen berichteten medien am freitag auch dieses cannabis wurde in einem lastwagen entdeckt nur diesmal als kaffeetransporter getarnt ja laut der ungarischen bereitschaftspolizei befanden sich 150.000 in folie verpackte portionen in einem lkw fahrende in der westungarischen stadt gehör hatten einen tipp aus dem ausland bekommen laut gps daten startete das fahrzeug in spanien gelangte per fähre nach italien um von dort aus durch slowenien nach ungarn zu fahren ja gegen den 58 jährigen bulgarischen lenker des fahrzeugs wurde wegen verdachts auf drogenhandel ein verfahren eingeleitet die behörden würden ihre zusammenarbeit mit europol und eurojust fortsetzen um zu ermitteln wer hinter der lieferung stehe und für wen sie bestimmt gewesen sei hieß es in einer aussendung ja und jetzt schauen wir mal kurz in die staaten mastercard mag wohl kein cannabis ja mastercard hat allen finanzinstituten gesagt sie sollen keine cannabis transaktion über ihre debietkarten mehr zulassen was ein schlag für die gesamte branche darstellt die bereits am rande des finanzsystems der vereinigten staaten steht die meisten banken im land bedienen keine cannabis unternehmen der marihuana auf bundesebene weiterhin illegal ist obwohl mehrere staaten sein medizinischen und freizeitkonsum legalisiert haben gemäß unseren richtlinien haben wir die finanzinstitute die zahlungsdienste für cannabis händler anbieten und sie mit mastercard verbinden angewiesen die aktivität einzustellen das sagte ein sprecher des unternehmens am mittwoch er die bundesregierung der usa betrachtet leider den verkauf von cannabis als illegal daher sind diese käufe in unserem system nicht zulässig ein schlag ins gesicht für alle händler an welche sich natürlich auch auf europa auswirken ja und wir schauen noch kurz nach ghana gesetzgebung wird auch hier geändert also das parlament in ghana hat einen gesetzesentwurf der narcotics control commission verabschiedet damit wurde dem ministerium die verantwortung übertragen lizenzen für den cannabis anbau zu erteilen was möglichkeiten für die nutzung dieser vielseitigen pflanze in verschiedenen nützlichen anwendungen eröffnet ja mit dieser verabschiedung dieses gesetzes unternimmt ghana einen wichtigen schritt zur nutzung der potenziellen vorteile des cannabis anbaus in dem die regierung den kontrollierten anbau von cannabis auch wenn mit begrenzten thc gehalt erlaubt will sie dessen industrielles potenzial erschließen seine verwendung bei der produktion von belaststoffen und salgut erforschen darüber hinaus können die medizinischen eigenschaften von cannabis nun weiter erforscht und auf regulierte weise benutzt werden dieser gesetzgeberische meilenstein soll den weg für die entwicklung einer gut regulierten cannabis industrie in ghana ebnen und sicherstellen der anbau und die verwendung sollen strengen richtlinien unterliegen und qualitätsstandards entsprechen in diesem sinne wünsche ich euch einen schönen resten sommer und schaut euch vielleicht noch die folge mit dr kurt blas an und lasst einfach ein kommentar hier in diesem fall und ja und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben dann tut das vielleicht ja und stellt die glocke an dann verpasst ihr nämlich keine sendung mehr und noch was bald jetzt im oktober seht ihr ist die kultur wir sehen und übrigens michael ist auch da mit dem kühl abonniere ich auch da mit dem kühlschrank